Moin Leute, hier zurück bei, ja, Warzone, und zwar Vanguard Warzone, aber jetzt gucken wir uns erstmal den Battle Pass an und gönnen uns den erstmal. Äh, Battle Pass kaufen, fortsetzen, was heißt denn fortsetzen? Äh, warte mal, kaufen will ich den hier eigentlich. Und zwar für 1000. Genau. Oh yeah. So, okay, ein paar Punkte habe ich schon gesammelt, äh, dann haben wir den Skin gekriegt. Wir gehen jetzt erstmal eben komplett einmal durch, ja, den Battle Pass. Also, hier haben wir einmal dann Königreich, hier einmal einen Skin. Äh, ja, dann hier einmal Gasse. Es ist alles neu, wir müssen selber erstmal klarkommen. Dann hier WXP, 45 Minuten, dann hier noch Explosionboost, gratis gibt es dann für alle Panzer, Panzerrassler, okay, Visitenkarte. Dann hier auf 2, auf einem Bein, Vanguard Warzone, epische Visitenkarte. Dann gibt es XP, dann hier auf der 4, drück F, Talisman. Dann hier epischer Bauplan, Stungewehr, Alpha Ripper, hier einmal auf 5. Dann, auf 5, warte mal, 5, ja, so, zwei gerne. Dann CP für alle, Clantier, okay, was heißt das jetzt? Weiß ich nicht. Dann hier einmal auf 7, wieder XP. Wieso ist das so komisch? Dann hier wieder auf 8, ist was Schönes, rasant schnell hier, ein Sticker. Dann hier auf 9, einmal Strottplatz, hier, legendäre Abschlusskammerdesign. Was ist das? Hm, kann man nicht gucken. Ja, das ist komisch, guck mal, wie ist es, weil, es ist ganz komisch mit dem, ich weiß nicht, was das soll. Dann hier einmal Wüsten, Entdeckung, Halima, Skin, dann haben wir hier einmal Erbarmungslos, Spielertitel, okay. Hier ist jetzt ein bisschen besser. Ne, guck mal, was ist das für komischer Kram hier? Dann XP, dann über 12 ist wieder CP. Also, guck mal, ich kann nicht nochmal einmal weitergehen. Wie doof ist das? Naja, dann hier einmal Grabbelsack, okay, Emblem hier einmal, dann für alle, gratis Copper, Karabiner hier einmal, bei 15. Jetzt kommt 17. Ich komme echt jetzt, weil ich würde mich verarschen. So, dann auf 16 hier, letztes Mädchen hier, Bauplan, Charlie, dann hier wieder CP. Dann kommt hier 19, es fehlt immer einer. Dann ist hier 18, hier einmal epischer Bauplan, Handvoll Waffenecho. Dann hier einmal Raptor, Rage, Vollstrecker, auf 19. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, was das soll, warum das so doof angezeigt wird, keine Ahnung. Ich gehe mal kurz wieder raus und wieder rein. Ich weiß nicht, was das soll, sorry, dazu, dafür. Und auch dazu. So, jetzt vielleicht. Ja, dann wollen wir stehen, 19, dann hier ein Skin hier, Konara, dann hier einmal für alle, gratis teste mich. Dann hier einmal wieder XP, dann wieder CP. Dann für alle hier, Siegeskanone hier, Bauplan hier einmal. Dann hier bei 25 XP. Jetzt wird wieder einer über Gang. Na, tut mir leid. Dann, wir sind gerade vor dem Tageslicht hier einmal. Dann hier bei 27 Versailles, Bauplan. Dann 28 unverfroren, Spielertitel. Dann hier XP bei 29. Dann bei 30 hier einmal Gorenko, Panzerabwehrgewehr. Okay. Dann bei 32, ich kriege da zu viel. Bei 32 hier einmal CP, bei 33 hier einmal Leuchtspur, Raser, okay. Dann hier einmal bei, also für alle, wo war er denn jetzt hier? Geteilter Angriff. Da war ich schon, okay. Da war ich eben. Dann 34, Clantier hier einmal, Chicago Zeit. Dann Graz für alle, Erschöpfer, Bauplan. XP, 37 hier wieder Sägezahn. Okay. Dann weiß man wie so. Kann ich hier weiter? Nee, bin ich. Ja, das geht mir gerade hart auf den Sack. Euch wahrscheinlich auch. Gleislicht hier einmal Bauplan. Dann hier einmal für alle Gratis hier Sicherungsstift. Also, die Sachen gefallen mir gerade nicht so wirklich. Das ist alles ein bisschen zu lasch, ein bisschen zu wenig. Wir haben mir die anderen Sachen besser gefallen, um echt zu sein. So, dann bei 40 hier einmal wieder Bodendeckung, Daniel Skin. Dann wieder CP. CP bei 42 einmal hier unvergänglich, Bauplan Schrotflinte. Dann XP bei 43. Dann bei 44 hier einmal für alle Vorwärts-Visitenkarte. Dann hier einmal Platzprobleme, Bauplan Schali. Bei 46, ich weiß nicht, was das soll, wie gesagt. Ich kann euch da nichts zu sagen. Dann jetzt XP, 47 hier einmal aus dem Staub-Emblem. Boah, das ist anstrengend. Dann CP hier einmal unbesiegbar hier bei 49. Ich will nochmal eben wieder rausgehen hier und wieder rein. Das muss doch irgendwie anders sein. Kann ich das irgendwie anders weitermachen? Ah, okay, vielleicht so. Ich mach's immer so. Ich mach's mal ohne Maus. Die Maus, okay. Ich probier's mal so, haha. So. Dann hier 50, einmal Urban, Konstanzeskin. Dann hier einmal Ex-Libris, Bauplan hier einmal bei 51. Dann hier einmal Volldampf, selten Emblem. Dann bei 51 wieder XP. Dann hier einmal Antike Axtalisman bei 54. Dann hier für alle Gratis hier Dreckschleuder. Hier Bauplan LMG Bravo. Dann XP bei 56. XP wieder bei 57. Dann hier Todesflüsterer bei 58. Dann hier einmal Hüstenzebra-Bauplan. Dann Adret Roland Skin, okay. Dann hier Gratis für alle Wachsender Frieden. Dann hier einmal Vespa. Dann XP. Dann Glantier. Hier einmal die Tasche sichern. Dann hier einmal Erdstamm, okay, Bauplan. Dann hier einmal CP. Dann hier wieder für alle Gratis wieder hier Morgen. Besprechung, dann CP. Dann hier einmal Pfeilschmied Talisman. Dann den Skin Wächterschlechterin. Solange Skin oder was auch immer. Lauerstellungsbauplan hier Schafschlussengewehr. Dann hier einmal Luft und Wasser. Dann hier XP. Dann CP. Dann hier Seetüchtig Sticker. Dann haben wir hier einmal Winduhrbauplan. Dann einmal geduldiger Schütze-Visitenkarte. Dann XP. Dann hier einmal Lady Boom Emblem. Dann schicke Jeans Lucas Skin. Dann für alle Gratis Bullseye. Dann hier einmal 100 CP. Dann 15 Minuten XP. Dann Gratis für alle spezieller Abschuss Talisman. Dann hier einmal gelassener Sony am Bauplan. Dann Sturmgewehr. Dann hier einmal Pilotin-Sticker. Dann XP. Dann Gratis für alle vorangetriebenen Visitenkarte. Dann bei 89 Schreckschuss-Emblem. Dann bei 90 aufsteigende Legende Polina Skin. Dann bei 91 CP. Dann hier bei 92 Gloria. Dann bei 93 Klassiko. Dann hier einmal für alle Gratis Lava Lampe. Visitenkarte. Dann hier einmal bei 95 Stellung. Halten hier einmal Bauplan-Stamm-Schützenwehr Delta. Dann hier XP. Dann 97 einmal Flieger-Stamm-Talisman. CP bei Verbrauchsobjekt. Aha. Für alle. Ruhige Hand-Visitenkarte bei 99. Und dann hier bei 100 einmal Erwacht. Francis Skin. Sieht natürlich ganz geil aus. Dann einmal hier Ernte-Bauplan-Sturmgewehr-India. Dann Höllenhund hier einmal. Dann gibt es noch einmal Verbanner-Emblem. Und zum Schluss hier einmal Feuerspucker-Talisman. Ja, das waren alle. Sorry dafür, aber ich hätte es auch mit der Tastatur machen können, wie man sieht. Aber ich habe es leider verpeilt. Oder ja, ist halt Pech. Aber man kriegt hier was. Ich finde die Sachen aber nicht gut, um ehrlich zu sein. Eher ein bisschen armselig. Aber wenn ihr für 1000 kauft, kriegt ihr angeblich 1300 CP wieder, wenn ihr den ganzen Battle Pass durchzockt. So soll es eigentlich sein. Ich weiß gar nicht, wie viel man gratis CP abgrasen kann. Aber man kriegt auf jeden Fall auch gratis CP. Wie viel das sein wird, weiß ich nicht. Aber ihr habt den Battle Pass ja eh gekauft. Und ja, sonst probiert euer Glück und spielt. Und sonst erstmal danke fürs Zusehen. Sorry für die Fails hier. Aber lässt ihr ab und zu nicht vermeiden. Ist halt leider so. Und zwar nicht vorher, nämlich nicht so schlimm mit der Maus. Naja, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.